Hallo, ich grüße euch, ich bin der Heinz und ich bin jetzt in Bad Bentheim auf dem Flohmarkt, der morgen startet und gucke mir das mal jetzt an, was alles hier so los ist und wer so alles da ist, dass ich euch mal einen Eindruck vermitteln kann, weil das ist hier in der Region der größte Flohmarkt mit und ihr dürft jetzt gern mal mir folgen und schauen wir mal. Hierfür werde ich das mal festhalten, was wir haben. Hallo, hier habe ich einen Kollegen gefunden, der verkauft Bundeswehrsachen und weil ich habe auch nur mal geguckt, so nach einem Biwaksack, was der gute Mann hat und was willst du, du willst aufhören, erzähl einfach mal. Ich möchte aufhören, ich suche einen neuen, der das weitermacht und mir die ganzen Sachen abkaufen will. Ja, von wo kommst du her? Bad Rotenfelde, Teutoburger Wald. Ah, weißt du was, ich bin da in den Hermannsweg gegangen. Ja, gut. Von, ich bin losge... Von Settmold? Ja, ich bin den kompletten Hermannsweg gelaufen, von Schüttdorf bis nach, bis zum Ende, wie heißt er mal, Externsteine und dann noch rüber, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Ort. Hedow, Bad Dingsbums. Ja, Dingsbums, genau, ganz genau, Dingsbums, ne? Setz das rein? Ja, mach ich mal. So, ich bedanke mich erst mal, ne, bei dir. Weil ich bin bis zu 35 Jahre alt. Ja? Meine Güte, und jetzt willst du einfach aufhören? Das Alter macht es leider. Ah ja, natürlich. Das ist schwieriger. Ja, siehst du, aber ich kämpfe genauso mit dem Alter. Das haben wir alle aufgesinnt, ne? Ja? Okay, ich bedanke mich erst mal bei dir, ne? Setz das mit rein, mach da drin in die Erde rein. Das geht ja überall hin. Ja, natürlich. Oh, du liegst auch schon abgefahren. Ich liebe immer. Also, ich bin äh. Ich bin äh. Ich bin äh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020